7.45 Uhr, mitteleuropäische Winterzeit. Ben bittet die Küche, bereit einen weiteren unproduktiven Tag herumzukriegen. Ich bin eine gecastete Off-Stimme, die nachträglich diesen Scheiß einspricht, weil Bens Gedanken um diese Uhrzeit ungefähr so klingen wie... Ben zapft sich ein ordentliches Käffchen und checkt seine Community-Updates. Ben spürt wieder, wie sich in ihm der Hass auf die Welt und ihren Inhalt aufbaut. Doch er denkt sich... Könnte schlimmer sein. Der Tag beginnt also wie jeder andere, also macht sich Ben mit seinem viel zu dünnen Kaffee Richtung Hartz-IV-Sesselplatz. Er klickt etwas sinnlos im Internet herum bis plötzlich... Achtung, du hast die letzte Seite im Internet erreicht. Wir hoffen, du hattest Spaß beim Surfen und jetzt mach dein Computer aus und geh nach draußen. Oh, oh mein Gott. Oh, scheiße. Oh, scheiße. The very last page of the mission. Au revoir. Ist die nicht gut? Stimmt was nicht? Ich spürte eine große Erschütterung der Macht. Etwas Furchtbares ist passiert. Was ist los? Warum das Geschrei? Wer ist das? Gott? Bist du es? Ich habe die letzte Seite gefunden, Gott. Ich habe die letzte Seite gefunden. Es wird nie wieder neue Seiten geben. Es wird keine Innovation mehr geben. Zweig! Die neuen Ideen sind doch schon mit Sammy Slimani gestorben. Sie selbst. Ich habe gerade eben eine Salzbehandlung bekommen mit totem Meersalz. Damit wurde mein ganzer Körper so eingerieben und mit so einem Warmbl. Und dann wurde ich abgelöst. Aber ohne neuen Content werden meine ganzen zwei Abonnenten weglaufen. Und grundgültiger. Ich werde dahin zurückkehren müssen, wo ich hergekommen bin. Aus dem Keller. Nein, du musst kreativ sein und mit dem, was du hast, haushalten. Sei kreativ, liebe deine Nächsten, erfinde dich neu und deine Community wird... User was moved out of your channel. Gott? Gott? Da ist wohl noch jemand auf die letzte Internetseite gestoßen. Entschuldigen Sie, wissen Sie, wo ich hier einen Eimer finde? Zum Putzen?